Hallo und herzlich willkommen bei der Firma Sofa Greens in Berlin. Hier befinden wir uns in unserem Showroom. Da empfangen wir gerne unsere Kunden, damit die sich ihr Sofa zusammenstellen können nach allen Wünschen. Wir haben Sofas in der L-Form, wie man hier zum Beispiel schön sehen kann. Dementsprechend genauso in der U-Form, weil viele haben ein schönes großes Wohnzimmer und das soll natürlich auch mit einem tollen Sofa geschmückt werden. Alle Sofas, die wir bei uns anbieten, sind in den leeren Varianten möglich, in verschiedenen Farben, in verschiedenen Stoffen. Das zeige ich euch alles gleich nochmal. Wir gehen ein bisschen weiter. Hier haben wir noch eine wunderschöne Variante in Stoff und Leder, auch in einer U-Form, mit einer Ablagefläche, was sich hier oben befindet, für Gläserflaschen, damit man das nicht auf das Material direkt stellen muss. In all unseren Sofas ist LED mit eingearbeitet. Das haben wir hier ein kleines Beispiel mit verschiedenen Farbwechseln, mit verschiedenen Farben und Funktionen. Zu all unseren Sofas, die wir anbieten, gibt es den passenden Tisch dazu. Natürlich in derselben Farbvariante und in derselben Materialvariante. Hier haben wir ein ganz besonderes Beispiel in einem unserer ganz neuen Stoffe. Das ist ein Sun Velvet, ein Gesamtstoff. Sehr, sehr pflegeleicht und in ganz vielen tollen Varianten von den Farben auch erhältlich. Was ihr hier seht, für den ganz bequemen Abend eine Relaxed Recliner-Funktion. Ganz entspannt, in die Richtung, in die Richtung, so wie man das gern haben möchte, so wie man das gern braucht. An der Seite gleich neben mir, die Getränke sollen dementsprechend natürlich auch kalt sein, unseren Getränkekühler. Das Handy auch in der Nähe, damit es immer vollgeladen ist. Und wenn da was zu verstecken ist, gibt es noch einen kleinen, wie man es auch mehr nennen mag. Dann gehen wir weiter. Was wir noch anbieten, unser Wave-Sofa ist was ganz Besonderes. Die Ottomane, ganz geschwungen, ganz neu gemacht. Von der Breite her eins und am breitesten, was wir haben. Zwei, drei Leute passen ganz entspannt drauf, überhaupt kein Problem. Wasser, das kann ich euch noch schönes zeigen. Weg-Sofas gibt es natürlich auch. Das wäre dann eins dieser Varianten. Alle Kissen, so wie ihr seht, sind dann auch im Lieferumfang mit dabei. Wenn man eine kleinere Wohnung hat, sich eine L-Form aufricht, wie es zum Beispiel hier ist, kann man eine Schlaffunktion sich gerne dazu bestellen. Das zeige ich euch einmal hier ganz kurz. Ganz einfach zum Handhaben. Schon ist für den Nachschlussuch alles geklärt, überhaupt kein Problem. Gern möchte ich euch noch die ganze Tragenmaterial einer zeigen, die wir anbieten. Wir haben einen wundervollen Mikrofaser-Mineverstoff. Das wäre einmal dieser. Sehr unempfindlich, wasserabweisend. Hat ein bisschen eine Lederoptik, aber ist ein Stoff. Dann geht es weiter zu dem vorhin genannten Sun Velvet Sandstoff. Wie gesagt, in ganz vielen tollen Farben. Alles mit Nummern, sodass bei der Bestellung wirklich gar nichts schief gehen kann. Es gibt einen Strukturstoff. Der ist hier nochmal gezeigt. Ein bisschen was Groberes. Oder und natürlich auch drei verschiedene Lederarten. Das Kunstleder-Premium, das echte Rindsleder oder natürlich auch das Büffelleder. Wenn ihr irgendwie euer Interesse bewegt habt, wenn ihr Lust habt, uns zu besuchen, kommt nach der Ehe in unseren Show-Rogen. Besucht doch auf unserer Internetseite www.sofamilistreams.com oder bei Fragen gerne schreibt uns eine E-Mail info.sofamilistreams.com. Bis bald!